die kommen von allen seiten ok so das erste krokodil kommt krokodil kommt pull den lever pull den lever pull den mal ein gott sei dank nein 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 pause einer ist durchgekommen ok das ist nicht so gut gloves hierher der wird sich kurzzeitig mit unseren hunden beschäftigen so fangen wir mal ein paar dort auf der brücke ein pull den lever ja der hat unsere hunde getötet und ein meiner boot zwerge geht doch nicht in den nahe kampf wo ist der rest sagt bloß ihr habt keine munition oder so inventory ich habe vergessen den krevers zu machen was sagt das krokodil außer dass ein haufen zeug in ihm drin steckt an wunden ok das krokodil ist bewusstlos der goblin ist tot wir haben einen toten kameraden gefunden welchen toten kameraden das haben wir ja gleich militär ja ein x bauer hat es erwischt squad ak greift das scheißvieh an so ich mache mal military 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 a bunker befehl aufheben u m q c quivers ich habe keine quivers gehabt so ein mist er würde dir endlich das vieh töten kann ja nicht so schwer sein ja du bist hungrig ihr seid verletzt aber du bist bewusstlos und bist schon ziemlich am Arsch eigentlich und die wollen alle nicht wegen dem krokodil was macht der riss von meinem expo trupp novitsche bewellet target leider ist dabei mit beschäftigt equipment abzuholen so was machen die restlichen die lauern da oben und wie sie da oben lauern äh äh wo sind die trolle was zur hölle die scheiß trolle sind da runter gesprungen gott ein problem nach dem anderen erst einmal muss das krokodil da weg was ist jetzt schon wieder los toll es kommen die dann nirgendwo weg squad a ruft hierhin und es ist frühling ja bitte hier hin leiden ja endlich ballern sie mal wieder wenn auch nur kurzzeitig endlich ist es tot gott sei dank abbrechen soll es könnt ihr hier erst mal frei bewegen gott sei dank so mal gucken wo sind die anführer wir haben hier ein paar trolle das ist okay dieses stecken dort nämlich fest aber wir haben außerdem glaube ich nein da ist ein totes krokodil okay ist das da verblutet so macht mir bitte die quiver und beerdigt den toten jetzt muss ich mal kurz gucken was liegt hier alles die sind nicht verboten nein und die sachen der goblin leiche die sind alle verboten okay ah und mein zwerg wird wäre dicht gut was ist mit der goblin leiche selber eigentlich die können wir nicht auf den stockpile werfen naja alles halb so wild oder naja wenn ich mir das da ansehe bin ich etwas anderer meinung vor allem da ist auch noch eine ganze horte jetzt will ich mal kurz wissen ihr reitet alle auf krokodilen du bist eine elite bowman wo bist du und da unten und da ist auch noch ein elite bowman auf einem kiff krokodil es sind also zwei armeen von goblins die auf krokodilen reiten und ein haufen trolle die jetzt da unten feststecken die trolle sind das große problem definitiv wie sieht es mit krokodilen aus sie sind schon mal im auftrag da ist miasma ach von den hunde leichen ok das klingt etwas makaber also erst einmal designation b einen reclaim befehl auf das hier alles dann bitte diese zone hier erst einmal deaktivieren dann muss ich zu meiner schatzkammer i und hier eine kabel stamp hin machen so das ist so falsch das ist so falsch aber was will ich anderes machen so dicht dampen dicht dampen dicht dampen und dicht dampen so bitte alles mal dampen äh äh squad cancel order ihr habt zurzeit nichts zu tun also weg mit euch das würde ich auch gerne dampen liegt hier noch was was gedumpt werden muss nö du wirst schon gedumpt oder du wirst schon gedumpt oder ja du wirst schon gedumpt gut und ihr ihr werdet nicht gedumpt ihr seid aber auch nicht verboten gut das muss ich erst gucken dass die quiver gemacht werden gerade das wichtigste habe ich vergessen ich habe nicht genug zwerge mit munition weil nicht genug quiver vorhanden sind das ist auch käse auch rk das krokodil auch bitte also erstmal die hier wie claimen und das hier dampen bitte und ich mache das jetzt nur ungern aber die bitte nicht mehr im combat benutzen im augenblick haben wir notstand da können wir uns das nicht leisten mit anderen sache zu schießen so building genau traps ich hätte das vorher machen sollen so machen wir mal hoffentlich reicht das erst einmal so die das krokodil ist schwer das wird aber abgeholt gut 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 gut